Brillen Grisal ersetzt nun einen neuen Maßstab für optimales Sehen. Grisal Forte. Ein schmutz- und staubresistentes, kratzfestes Glas, das nicht reflektiert. Für 88% der Brillenträger ist es wichtig, dass entspiegelte Gläser kratzresistent sind. Daher hat Essilor eine neue Technologie entwickelt, den Scratch-Resistance-Booster. Die Ergebnisse sind unübertroffen. Grisal Forte ist ebenso kratzfest wie ein mineralisches Glas mit Antireflexbeschichtung. Brillenträger sehen den Vorteil deutlich. Grisal Forte ist auch unübertroffen schmutzabweisend. Für 85% der Brillenträger ist es wichtig, dass entspiegelte Gläser schmutzabweisend sind. Essilor hat den High-Surface-Density-Process entwickelt. So weist die Oberfläche Schmutzpartikel und Wassertropfen besser ab. Mit besten Ergebnissen. Grisal Forte ist unübertroffen schmutzabweisend und lässt sich unglaublich leicht reinigen. Die Träger bezeichnen Grisal Forte als das sauberste und putzfreundlichste Glas am Markt. Grisal Forte ist perfekt staubabweisend. Für 78% der Brillenträger ist es wichtig, dass entspiegelte Gläser staubabweisend sind. E-Technologie ermöglicht den Einbau einer Antistatik-Schicht. Die Ergebnisse sind einzigartig. Grisal Forte ist siebenmal weniger staubanfällig als ein nicht-antistatisches Glas und wird von den Trägern als transparentestes, praktisch staubfreies Glas beurteilt. Grisal Forte reduziert lästige Reflexionen. Die Brillenträger sagen, dass nicht entspiegelte Gläser den Seekomfort verringern und unästhetisch aussehen. Die Optimierung der Entspiegelungsschichten verleiht Grisal Forte eine höhere Farbstabilität mit geringerer optischer Reflexion. In der Wahrnehmung der Träger schneidet Grisal Forte im Vergleich zur früheren Generation hinsichtlich Transparenz, Reflexionen und Streulicht bedeutend besser ab. Grisal Forte tragen und die Welt erleben. Grisal Forte Grisal Forte Grisal Forte Grisal Forte Grisal Forte Grisal Forte Grisal Forte